Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Das neue Update ist da. Wir sind jetzt bei der Version 1.29 und es wurde tatsächlich um einiges mehr gemacht, als ich dachte. Ich dachte eigentlich, dass das ganze Halloween-Ding entfernt wird, dass wir den letzten Operator bekommen, das letzte Messer bekommen und dass es das dann mit dem Update war vor Call of Duty Black Ops Cold War Release. Aber wir haben einiges bekommen, unter anderem private Matches, was ziemlich abgefahren ist und das schauen wir uns gleich alles an. Denn es ist so, dass wir vor einigen Tagen eine kleine Meldung in MW und in Warzone bekommen haben und da würde ich davor ein bisschen drüber sprechen. Und zwar, ihr seht die Meldung im Hintergrund, stand irgendwie im Spiel, dass die ganzen Waffen aus Cold War schon am 13. November zur Warzone kommen. Was ein bisschen komisch war, weil Activision davor gemeint hat, dass das alles am 10. Dezember passiert mit dem Start von Season 1 für Cold War. Und ja, es ist so, dass das eine falsche Meldung war. Activision hat irgendwie mit Charlie Inter gesprochen. Ihr seht die Meldung im Hintergrund und die haben bestätigt, dass es nicht so ist, dass die Waffen am 13. November kommen, sondern dass die Waffen wirklich erst am 10. Dezember kommen. Also da gab es irgendwie ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten innerhalb von Activision und die Meldung wurde gepusht, obwohl es nicht mehr gestimmt hat. Wahrscheinlich war das anfangs irgendwie geplant. Kommen wir zum Update. Da ist es erstmal so, dass die ganzen Klassen von MW und Warzone getrennt worden sind. Das heißt, ihr könnt jetzt eine Klasse in MW bauen und die wird nicht übertragen zu Warzone. Was natürlich logisch ist, also das musste gemacht werden, weil wenn die ganzen Black Ops Cold War Waffen zu Warzone kommen, können die ja nicht mit den Klassen übertragen werden zum MW-Multiplayer, weil da die Waffen nicht mit am Start sind. Und diese Trennung wurde halt jetzt schon vorgenommen. Das heißt, Warzone ist jetzt damit nochmal mehr ein eigenes Spiel geworden. Ich habe ja schon gemeint, man muss eigentlich diese drei Games als einzelne Games sehen. Also MW, Warzone und Black Ops Cold War. Und das ist halt jetzt nochmal der nächste Schritt. Die ganzen Klassen werden nicht mehr übertragen. Was jetzt am Anfang auf jeden Fall ziemlich cool ist für alle Leute, die halt MW spielen, den Multiplayer spielen und Warzone spielen und finden, dass da irgendwie zu wenig Klassen mit am Start sind. Also ich bin immer zurecht gekommen, aber so ist es schon um einiges cooler. Wusstet ihr außerdem, dass über 50% von euch noch nicht abonniert haben? Falls ihr das gerne nachholen wollt, klickt einfach auf Abonnieren. Ist komplett kostenlos, ihr verpasst keine Videos mehr und es supportet mich krass. Würde mich auf jeden Fall freuen. Eine sehr interessante Änderung, die gemacht wurde mit dem Update ist dann, dass die ganze Installationsgröße reduziert wurde um 25 GB, indem hohe Texturen von Waffen und Operatoren entfernt worden sind. Die kann man auf den Konsolen mit einem extra Texturenpack nachladen. Sind aber nicht ganz so wichtig. Und am PC ist es so, dass man diese Texturen über Texturen-Streaming runterlädt, während man spielt. Was ein bisschen komisch ist. Ihr seht das alles im Hintergrund. Man kann das auch stoppen. Man kann einstellen, wie viel runtergeladen werden soll und so weiter. Allerdings nur, wenn man auf hoch spielt. Das heißt, wenn man die Texturen auf mittel oder gering hat, dann ist es nichts, was man braucht. Und es ist so, dass da eben wirklich nur die ganzen Waffen- und Operator-Texturen betroffen sind. Das heißt, man kann auf hoch spielen. Die ganzen Maps sind dann ja in dieser Texturen-Auflösung eben auf hoch, Waffen und Operator eben nicht. Warum das jetzt genauso gemacht wurde, warum am PC alles mit Texturen-Streaming stattfindet und warum man da nicht einfach auch ein Pack runterladen kann, ich habe keine Ahnung. So wurde es aber allerdings gemacht. Und Infinity Ward selber meint, auf den Konsolen wird dieses Texturen-Streaming noch nicht unterstützt. Dementsprechend gehe ich einfach mal davon aus, dass Texturen-Streaming die bessere Lösung ist. Ich finde es aber ein bisschen komisch. Aber gut, das ist jetzt gemacht worden. Ich denke, die meisten spielen, gerade wenn sie Warzone spielen am PC, wahrscheinlich eh nicht auf hoch, weil das Game eh schon nicht perfekt läuft. Von daher ist es wahrscheinlich eine Sache, die für die meisten erst gar nicht zutrifft. Dann gibt es mit dem Update tatsächlich die Möglichkeit, private Spiele zu starten. Leider nicht irgendwie mit einem Einladungscode wie bei Fortnite. Das wäre geil gewesen. Man muss, wie es aussieht, wirklich alle Leute in der Freundesliste haben, was ein bisschen schade ist. Aber man kann sich ja vielleicht irgendwie einen neuen Account machen und da dann alle einladen, damit man privat spielen kann. Und ich bin gespannt, was Activision davor hat. Ob die irgendwie in Richtung E-Sport gehen wollen. Wenn nicht, ist das trotzdem ziemlich cool für irgendwelche Turniere, die auf Twitch und so weiter stattfinden. Und es ist auch so, dass diese ganzen Spiele auf offiziellen Servern gehostet werden. Also es ist nicht so, dass irgendeine Konsole das stemmen muss oder ein PC das stemmen muss, das ganze Hosten stemmen muss, wie das bei Multiplayer-Spielen ist, wenn man die privat startet. Hier wird wirklich alles auf den Activision-Servern gehostet. Deswegen gibt es leider ja eine kleine Limitierung. Und zwar ist es so, dass man, wenn man Battle Royale starten will, mit mindestens 50 Spielern starten muss. Wenn man Mini-Battle Royale starten will, mit mindestens 24 Spielern. Und bei Plunder muss man mindestens 30 Spieler sein. Ich denke, das wurde gemacht, damit jetzt hier nicht irgendwie 100.000 Leute ein Game starten und nur eine Person über die Map rennt und die Server komplett überlastet sind. So ist es eben der Fall, dass sich viele Leute zusammenfinden müssen, damit man dann letztendlich spielen kann. Die Möglichkeit, irgendwie Vorschau-Bilder zu machen in einem privaten Warzone-Map, hätte mir schon gefallen. Aber ich verstehe, warum das so gemacht wurde. Und das ist alles noch eine Beta. Das heißt, hier kann es noch zu Fehlern kommen, zu Crashes kommen. Aber trotzdem cool, dass das jetzt mit am Start ist. Also gerade für irgendwelche Twitch-Events, wo die ganzen Streamer zusammenspielen, könnte das nochmal für extra Spannung sorgen. Weil wirklich die ganzen Spieler gegeneinander antreten müssen und nicht Lobbys suchen und mit Skill-Best Matchmaking vielleicht mal Lobby-Glück haben oder Lobby-Pech haben. Und so ist dann alles, ja, relativ gleich für alle. Natürlich ist Battle Royale immer stark zufällig. Ist natürlich ganz klar. Aber ich glaube, das wird spannend. Für Warzone gab es dann so noch ein paar kleine Änderungen. Zum Beispiel ist es so, dass jetzt die ganzen Operator zusammengelegt worden sind in einer großen Liste. Die sind nicht mehr getrennt zwischen den beiden Fraktionen. Was für Warzone natürlich Sinn macht, weil da die ganzen Operator aus Black Ops Cold War dazukommen. Und da macht es ja dann keinen Sinn mehr, die zu trennen. Im Multiplayer ist es immer noch getrennt. Da kommt ja eben auch kein Cold War Content mit rein. Ich muss ja sagen, ich finde die Liste hier fast ein bisschen netter als mit den beiden Fraktionen. Schön übersichtlich auf jeden Fall. Man könnte vielleicht noch eine zweite Zeile machen. Aber auf jeden Fall vernünftig, dass das jetzt hier so zusammengelegt worden ist. Es gibt dann tatsächlich noch eine neue Bestenliste. Und zwar die Bestenliste Rebirth, also Wiedergeburt. Und damit wird so ein bisschen angeteast, was uns erwartet für Warzone in der nächsten Zeit. Dahinter versteckt sich nämlich zum einen irgendwie ein neues Live-Event. Da wurden anscheinend ein paar Daten im Spiel gefunden. Und außerdem eine kleine Warzone-Map, die wir bekommen. So ein kleiner Ersatz für eine komplett neue Map, weil da würde erstmal nichts passieren. Und was wir da bekommen, ist wohl Alcatraz aus Black Ops 4. Das hatte ich ja schon in einem anderen Video kurz angesprochen. Und Alcatraz wurde in den Daten von Warzone gefunden mit einem neuen Design. Und das wird alles so ein bisschen, ja, Sowjet-Style aussehen. Und ja, ich habe Bilder gesehen. Sieht ziemlich cool aus. Ich kann die jetzt hier leider nicht einblenden. Aber ich glaube, da erwartet uns was ziemlich Abgefahrenes. Und in Black Ops 4 hat diese Map absolut Spaß gemacht. Hat mir persönlich mehr Spaß gemacht als die normale Black Ops-Map. Und ich glaube, das Ding kann auch in Warzone ziemlich abgehen. Und es wird eine kleine, absolut actionreiche Battle-Royale-Map, auf der es auf jeden Fall zur Sache geht. Glaube ich. Hoffe ich. Bin ich sehr gespannt drauf. Und das wird halt auch irgendwann in der nächsten Zeit passieren. Ein Zeitfenster gibt es dazu jetzt leider natürlich nicht. Wahrscheinlich mit Season 1, kann ich mir vorstellen. Müssen wir einfach mal abwarten. Und sobald es da weitere Infos gibt, werde ich euch natürlich drüber informieren. Und ja, das war es mit den großen Änderungen und kleinen Änderungen, die vorgenommen worden sind. Neben den ganzen Fixes und so weiter. Das heißt, Bug-Fixes gab es natürlich auch wieder. Und wenn ihr irgendwelche Probleme hattet vor diesem Update, dann sind die jetzt hoffentlich behoben. Und ja, das war es mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Für weitere Call of Duty-Videos lasst ein Abo da. Wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin.